Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht, ich habe schon wieder mein T-Shirt für kontroverse Themen an. Denn heute schauen wir mal über den Tellerrand und klären, wie sieht das in Europa aus, wie sieht es in anderen Ländern aus mit dem Amateurfunk. Wir klären zum Beispiel, wie viele Funkamateure gibt es überhaupt in Europa noch und wie viele davon sind in welchem Land. Wir klären, wie viele Lizenzklassen haben die einzelnen Länder in Europa und mit wie viel Leistung dürfen die Funkamateure dort in den entsprechenden Lizenzklassen auf Sendung gehen. Wir prüfen aber auch, wie hart ist es denn, eine Prüfung zu bestehen, wie viel muss man für die Prüfung lernen, wie sieht die Prüfung aus, wie viele Fragen muss man beantworten, wie viel Prozent muss davon richtig sein und wir klären auch solche Sachen wie zum Beispiel das Finanzielle. Also was kostet zum Beispiel eine Prüfung in anderen Ländern in Europa und was kosten zehn Jahre Amateurfunk in anderen Ländern Europas. Zu guter Letzt werfen wir dann auch noch einen Blick auf die Verbände, auf die offiziellen IARU-Verbände und klären, wie schlägt sich denn der DALC im Vergleich zu den ganzen anderen Verbänden hier in Europa. Los geht's! Wir starten unsere Europatournee mal mit einer schicken Übersichtskarte über die Funkamateure, die es in Europa gibt und zwar in absoluten Zahlen. Denn das sind so roundabout 375.000 Funkamateure, die wir aktuell hier noch in Europa haben. Ja und ihr seht hier die Länder farblich eingefärbt, so ein Farbverlauf ist das. Länder, die 50.000 oder mehr Funkamateure haben, die sind hier in Rot eingefärbt, dann wird das Ganze dann weniger über Orange bis hin zu Gelb, da sind es dann 25.000 Funkamateure, dann über Grün schließlich hin zu Blau mit knapp 1.000 Funkamateuren oder weniger. Ja und was ihr hier sehen könnt schon auf die Schnelle ist, dass im Prinzip zwei Länder dominieren, das ist Deutschland und auch Großbritannien. Hier gibt es mit Abstand die meisten Funkamateure, gefolgt von Spanien, Italien, so ein bisschen Abstand. Dann Ukraine, Polen, Frankreich, Schweden, hier auch die Niederlande, innen so ein Grünton noch und dann wird es wirklich dunkel. Hier in vielen Ländern gibt es zumindest zahlenmäßig dann nur noch sehr wenig Funkamateure. Das Ganze schauen wir uns aber auch nochmal in konkreten Zahlen an. Hier seht ihr mal eine Übersicht über die etwas größeren Länder. In Großbritannien über 80.000 Funkamateure, in Deutschland sind es über 60.000, Italien, Spanien dann so zwischen 25.000 und 30.000. In der Ukraine knapp 16.000, dann kommen Polen, Frankreich, Schweden, Niederlande, Ungarn, Dänemark, die so um die 10.000 liegen. Ja und dann wird es dann immer dünner bis hin zu Portugal, Finnland, die so um die 4.000 Funkamateure liegen und die Länder, die weniger als 4.000 Funkamateure haben, die habe ich euch hier der Vollständigkeit halber auch nochmal aufgelistet. Das fängt an mit Serbien, Rumänien, Griechenland, Irland und so weiter, aber endet dann hier in kleineren Ländern wie zum Beispiel Andorra oder auch Ländern wie Kosovo oder Albanien, wo natürlich auch die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung das Ganze so ein bisschen hemmt, denn so ein Funkgerät kostet natürlich auch Geld und das muss man sich alles auch erstmal leisten können. Und auch das bildet hier so eine Grafik natürlich irgendwo ab. Ja, Stadtstaaten wie Monaco oder Vatikanstadt, die habe ich jetzt hier in der Untersuchung komplett außen vor gelassen. Ja, dann schauen wir uns die ganze Sache aber auch nochmal in einer relativen Ansicht an und hier seht ihr jetzt mal Funkamateure in Relation zu den Einwohnern, sprich wie viele normale Einwohner, wie viele Zivilisten kommen auf einen Funkamateur. In Rot sind das hier 250 Zivilisten auf einen Funkamateur, in Gelb 1500 Einwohner auf einen Funkamateur und in Blau dann 4.500 normale Einwohner oder mehr auf einen Funkamateur. Und hier sieht man, Joachim sieht es gar nicht so schlecht aus. Die Relationen scheinen in vielen Ländern relativ ähnlich zu sein, stechen hier nur einige Länder heraus. Das sind natürlich einerseits kleinere Länder wie zum Beispiel Andorra hier oder Slowenien oder auch Malta, die hier natürlich relativ viele haben, viele Funkamateure und wenig normale Einwohner. Aber es gibt auch Negativbeispiele hier, ganz klar stehe ich hier Frankreich raus, wo eigentlich in Relation zu den Einwohnern viel zu wenig Funkamateure sind und das trifft auch auf so Sachen wie Lettland zum Beispiel zu, Weißrussland zu Rumänien, die Türkei, Griechenland wird schon eng. Da sieht es nicht so wirklich rosig aus. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal in Relation zur Fläche eines Landes an. Hier habe ich eine Fläche von 100 Quadratkilometern genommen, also eine Fläche von 10 mal 10 Kilometern und geschaut, wie viele Funkamateure sitzen denn da. Ein Funkamateur ist dann hier blau, neun Funkamateure, also ein Raster von 3 mal 3 auf 10 mal 10 ist hier gelb dargestellt und 36 ist hier rot, das heißt ein Raster von 6 mal 6 Funkamateuren auf 10 mal 10 Kilometer ist hier in rot dann dargestellt. Ja, auch hier sieht man, dass es in vielen Ländern eigentlich ganz ähnlich aussieht. Es gibt natürlich auch hier Großbritannien, das hier etwas raussticht oder auch die Niederlande, die hier sehr positiv sind. In Deutschland liegen wir so etwa bei 17 Funkamateuren auf 100 Quadratkilometer, das heißt auf der Fläche von 10 mal 10 Kilometern haben wir so etwa 4 mal 4 Funkamateure, wobei es natürlich auch hier regionale Gefälle gibt. Wir haben in Deutschland ein West-Ost-Gefälle bzw. ein Süd-Nord-Gefälle, was das angeht. Dann habe ich mir angeschaut einmal die Entwicklung der letzten 50 Jahre und da habe ich mir mal exemplarisch 5 Länder herausgegriffen. Gelb hier Spanien, das Vereinigte Königreich in Rot, Frankreich in Violett, Deutschland in Weiß und Italien in Grün. Ja, was man hier relativ gut erkennen kann, ist, dass der Amateurfunk vor allen Dingen in den späten 70ern und 80er Jahren einen Aufschwung in vielen Ländern hingelegt hat und der hielt eigentlich an so bis zur Jahrtausendwende. In Deutschland hatten wir so den Peak kurz nach der Jahrtausendwende, bedingt durch die Wiedervereinigung, die hier Anfang der 90er Jahre nochmal so einen kleinen Schub gebracht hat. In Spanien war das vor der Jahrtausendwende und hier in Frankreich genau auf der Jahrtausendwende. Und seitdem geht es eigentlich in vielen Ländern bergab. In Spanien teilweise rapide, bergab und in vielen anderen Ländern dann ein bisschen schwächer. Das einzige Land, was hier so ein bisschen positiv heraussticht, ist Großbritannien. Die haben aber auch relativ früh, schon Anfang der 2000er Jahre, gegengesteuert, haben das Lizenzsystem umgebaut, Sachen vereinfacht. Darüber habe ich aber ja schon mal ein eigenes Video gemacht, verlinke ich euch am Ende dieses Videos dann nochmal. Ja, dann kommen wir zu den Lizenzklassen. Das hatten wir ja gerade auch schon angesprochen, hier bei Großbritannien zum Beispiel. Wie viele Lizenzklassen gibt es denn in den einzelnen Ländern? Ihr seht hier in grün eingefärbt die Länder, wo es nur eine einzige Lizenzklasse gibt. Das heißt, wenn man da die Lizenz gemacht hat und die Lizenz besteht, dann hat man direkt die oberste Klasse. Und die ist natürlich auch europaweit harmonisiert. Im Rahmen der ZEPT hat man dann quasi direkt die oberste Klasse. Ja, Deutschland bekanntlich aktuell zwei Klassen. Das trifft auch auf einige andere Länder zu, wie zum Beispiel Niederlande oder Schweiz oder Finnland und Rumänien. Und es gibt aber auch Länder, die haben drei Klassen, wie zum Beispiel Belgien, Portugal, Großbritannien hatte ich schon angesprochen, Österreich, Ungarn, Polen, Ukraine oder auch Weißrussland. Und wie sieht das aus mit den Leistungen, die man machen kann? Zum Beispiel in der obersten Lizenzklasse. Das habe ich mir hier in dieser Karte einmal angeschaut. Und wie ihr hier sehen könnt, gibt es da ein sehr breites Spektrum, angefangen zum Beispiel hier von Estland in Blau mit 100 Watt, über Deutschland hier in Gelb mit 750 Watt und bis hin zu Portugal hier in Rot mit 1500 Watt. Die meisten Länder, die liegen eigentlich so im Bereich 400, 500, 600 Watt. Deutschland ist sogar ein bisschen drüber hier, wie man das sehen kann hier, aber die meisten sind so in so einem Grünton gehalten. Es gibt nur zwei Ausnahmen, das ist hier sicherlich der Balkan, da kann man so richtig Gas geben, 1500 Watt sind hier möglich. Aber auch hier dieser Bereich, Ukraine, Rumänien, Bulgarien oder Moldau, da ist wenig möglich, das ist nur zwischen 100 und 350 Watt. Zwei Besonderheiten gibt es, die muss man hier ansprechen, das ist zum einen Österreich, da sind standardmäßig für Personen 400 Watt erlaubt, aber es gibt eine Regelung, dass dort Clubstationen 1000 Watt machen dürfen. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Geschichte, denn so kann man so ein bisschen auch diesen Clubgedanken fördern, das heißt also, dass mehrere Funkamateure gemeinsam eine Station betreiben und da schafft man eben dann einen Anreiz, dass dort eben mehr möglich ist. Und in Clubstationen wird natürlich auch ab und zu mal Contest gefahren, sodass auch da die Contester natürlich in eine etwas bessere Position gebracht werden. Und diesen Gedanken, den hat auch Tschechien verfolgt, dort ist regulär 750 Watt erlaubt, aber im Contest dürfen die Stationen dort während des Contests in der Stadt, also im urbanen Raum 1500 Watt machen und im ländlichen Raum sogar bis zu 3 kW, 3000 Watt. Und das ist auch, finde ich, ein sehr interessanter Gedanke, dass man hier sagt, okay, wir wollen unsere Contest-Stationen im internationalen Wettbewerb natürlich auch ein bisschen stärker befähigen und geben denen mehr Möglichkeiten. Und das ist ja auch nicht ständig Contest, sodass das also durchaus okay ist. Ja, bei all dieser Betrachtung der Leistung muss man natürlich aber auch immer im Hinterkopf haben, zwischen den 100 Watt und den 400 Watt liegt eine Essstufe und zwischen 400 und, ja, 1600 Watt im Prinzip liegt dann eine weitere Essstufe. Also zwischen dem niedrigsten und dem höchsten liegen noch nicht einmal zwei Essstufen. Werfen wir dann noch mal einen Blick auf die zweite Lizenzklasse. Die ist natürlich nicht in allen Ländern vorhanden, deswegen habe ich hier einige Länder ausgegraut, wo es eben gar keine zweite Lizenzklasse gibt. Für die Masse der Länder seht ihr dann schon, die sind hier in so einem helleren Grünton, ist dann die 100 Watt eigentlich der Standard, aber es sind durchaus auch mehr möglich. In Ungarn oder in Portugal sind es 200 Watt und weniger sind es in Tschechien, da sind es nur 10, beziehungsweise in Weißrussland, da sind es nur 25, die hier für die zweite Lizenzklasse erlaubt sind. Und wie sieht es so im Durchschnitt aus mit allen anderen Lizenzklassen oder insgesamt? Da schauen wir uns mal hier die Mittelwerte einmal an. Zunächst einmal die Klasse 1, die oberste Lizenzklasse hier sind, das hatte ich ja schon gesagt, zwischen 100 und 1500 Watt möglich. Das Mittel liegt so bei 853, sodass wir hier in Deutschland mit 750 knapp darunter liegen. Die zweite Lizenzklasse, da gibt es Leistungen zwischen 10 und 200 Watt in Europa, der Mittelwert 97, da liegen wir also auch hier in Deutschland sehr, sehr gut. Und bei den Ländern, die eine dritte Lizenzklasse haben, da gehen die Leistungen bei 10 Watt los und die gehen hoch bis 75 Watt, sodass hier der Durchschnitt bei 35 liegt. Das wäre dann auch so ein guter Anhaltspunkt, sicherlich, wenn man selbst hier in Deutschland irgendwann mal wieder eine dritte Lizenzklasse ins Spiel bringt. Ja, bevor man aber natürlich funken darf mit Leistungen, muss man zunächst mal eine Prüfung machen und für die Prüfung muss auch gelernt werden. Deswegen habe ich mir angeschaut, die Fragenkataloge für die oberste Prüfung. Hier muss man vorab aber zwei Dinge sagen. Zum einen veröffentlichen einige Länder ihre Fragenkataloge nicht. In Großbritannien ist das zum Beispiel so. Und zum anderen gibt es Länder, die überhaupt keine Fragenkataloge, keine festen Fragekataloge haben, sondern die im Prinzip nur eine Anforderungsliste haben, wo dann so Sachen draufstehen, wie zum Beispiel das Ohmsche Gesetz muss man lernen oder die Kirchhoffschen Regeln muss man lernen. Und das war es dann, aber fest ausformulierte Fragen gibt es nicht, sodass man natürlich auch in der Prüfung nie genau weiß, was kommt da jetzt dann tatsächlich dran. Bei den Ländern, die einen Fragenkatalog veröffentlicht haben, ist Deutschland mit Abstand ganz vorne, mit über 1500 Fragen, die man lernen muss für die oberste Lizenzklasse. Wobei man hier ehrlicherweise sagen muss, dass auch die ein oder andere Frage doppelt oder auch dreifach auftaucht im Fragenkatalog nur dann eben mit anderen Werten. Trotzdem haben andere Länder deutlich kleinere Fragenkataloge. In Italien oder Slowenien sind es zum Beispiel so um die 1000 Fragen. In Spanien, in der Schweiz oder auch in Luxemburg sind es so zwischen 600 und 500 Fragen. Und in Österreich, da sind es nur 250 Fragen im Fragenkatalog. Österreich muss man aber ehrlicherweise sagen, hat hier einen anderen Weg gewählt, quasi den umgekehrten Weg gegenüber Deutschland. Dort gibt es zwar feste Fragen, aber die Prüfer können in der Prüfung durchaus auch andere Werte in diese Prüfungsfragen einsetzen, dass man quasi dort auch nicht so richtig weiß, was genau erwartet mich dann. Man kann also nicht auswendig lernen oder sagen wir mal so schlechter auswendig lernen, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist und muss mehr Verständnis haben, damit man eben die Sachen auch im Notfall mit anderen Werten rechnen kann. Ja, wie sieht es nun in der Prüfung aus, wenn man die Prüfung macht für die oberste Lizenzklasse? Wie viele Fragen werden einem da in der Prüfung gestellt? Seht ihr hier in rot. Und wie viele müssen richtig beantwortet werden? Das seht ihr hier in grün. Auch hier ist Deutschland einsamer Spitzenreiter mit knapp 120 Fragen, um genau zu sein, 119 Fragen, die hier in der Prüfung beantwortet werden müssen und 90 davon müssen richtig sein. Das sind knapp 75 Prozent, aber das gucken wir uns gleich auch noch mal an. Andere Länder haben hier deutlich weniger Fragen. Da haben wir zum Beispiel Litauen, Vereinigtes Königreich, Ungarn, Irland, Slowenien, Niederlande oder auch Spanien, wo man so um die 50 bis 60 Fragen in der Prüfung gestellt bekommt. Noch mal weniger haben dann Länder wie Schweiz, Lettland, Belarus, Frankreich, Portugal und so um die 30 bis 40 Fragen gestellt werden. Und Schlusslicht sind dann Österreich und Italien. Allerdings muss man hier zwei Anmerkungen machen. Zunächst einmal zu Litauen. In Litauen gibt es ein gestaffeltes System mit zwei Lizenzklassen und da wird in jeder Prüfung werden 30 Fragen gestellt, sodass man hier für die oberste Klasse zunächst einmal 30 machen muss in der unteren Klasse und dann nochmal 30 für die obere Klasse. Also so kommt man hier auf die 60. Und in Österreich und Italien, da gibt es im Moment keine Multiple-Choice-Fragen, sondern da gibt es Fragen, die vor einer Prüfungskommission beantwortet werden müssen, also frei ausgeführt werden müssen, also kein Multiple-Choice, sodass hier natürlich weniger abgefragt wird, dafür aber natürlich detaillierter geantwortet werden muss, als zum Beispiel nur mit einem Kreuzchen. In Italien gibt es dann noch eine Besonderheit. In Italien ist es so, dass man Corona-bedingt hier ein Online-Verfahren eingeführt hat, wo fünf Fragen gestellt werden. Drei davon müssen richtig beantwortet werden. Das ist aber nur zur Zeit der Corona-Pandemie so, damit man das online leicht durchführen kann. Regulär ist es in Italien so, dass 60 Fragen in der Prüfung gestellt werden und 30 davon müssen, glaube ich, richtig beantwortet werden. Aber diesen Prozentsatz der richtigen Antworten, den schauen wir uns jetzt hier auch nochmal in der gesonderten Grafik an. Da ist Deutschland mal nicht spitzenreiter, sondern diesmal Litauen. Litauen verlangt, dass 83 Prozent der Fragen richtig beantwortet werden. Dann kommt aber auch schon Deutschland, Ungarn, Vereinigtes Königreich mit 75 Prozent, Belarus, die Niederlande, die Schweiz 70 Prozent, Irland, Italien, Lettland, Slowenien mit 60 Prozent und in Frankreich, Portugal oder Spanien, da müssen nur 50 Prozent der Prüfungsfragen richtig beantwortet werden. Und man muss jetzt natürlich im Hinterkopf haben, dass zum Beispiel in Frankreich oder auch in Spanien nur eine Lizenzklasse existiert. Das heißt, in Frankreich, wenn man da 20 Fragen richtig beantwortet hat, dann hat man direkt die oberste Lizenzklasse erreicht. Ja, schauen wir uns die Prüfungen noch ein bisschen genauer an. Ich habe mir hier mal angeschaut, wie viel Zeit wird denn in der Prüfung gegeben. Da ist Deutschland hier mal ein positiver Spitzenreiter. Wir haben relativ viel Zeit, über drei Stunden hat man Zeit und das geht dann runter hier. Frankreich 45 Minuten oder Italien, ich glaube nur 40 Minuten, die man da Zeit hat dann für die Prüfung. Das ist aber natürlich hier nur eine absolute Zahl. Man muss das in Relation setzen natürlich zu einer Anzahl der Fragen, die gestellt werden. Und da sieht es dann so aus, wie viel Zeit hat man denn pro Frage in Minuten. Das seht ihr hier, da ist die Schweiz. Der Spitzenreiter hat man über zwei Minuten Zeit zur Beantwortung der einzelnen Fragen. Ja, Deutschland liegt so im Mittelfeld mit einer Minute 45 und in Frankreich hat man nur knapp eine Minute Zeit, um die Fragen zu beantworten. Die Multiple-Choice-Prüfung, da ja wie gesagt, 40 Fragen in 40, in 45 Minuten. Also da muss man schon ein bisschen mehr dann Gas geben. Ja, gucken wir als nächstes mal auf die Gebühren für die Prüfung. Denn bevor man die Prüfung machen darf, muss man ja auch ein bisschen was bezahlen. Hier war Deutschland bis vor kurzem Spitzenreiter, da lag die Gebühr bei 110 Euro. Das hat man jetzt abgesenkt auf 72 Euro, sodass das Ganze etwas günstiger mittlerweile ist. Deswegen ist Italien hier der Spitzenreiter. Da muss man allein für die Prüfung 100 Euro zahlen. Dann kommt Deutschland, Dänemark, Niederlande. Ihr seht das hier so zwischen 60 und 70 Euro. Ja, und dann geht es runter immer weiter. Es gibt viele Länder, muss man so zwischen 20 und 30 Euro zahlen oder zwischen 10 und 20 Euro. Und es gibt auch eine ganze Menge Länder übrigens, wo man nichts für die Prüfung bezahlen muss. Und das schauen wir uns jetzt im Folgenden noch mal so ein bisschen genauer an. Hier habe ich die Gesamtkosten für 10 Jahre Amateurfunk einmal aufgeschlüsselt. Die setzen sich zusammen zum einen aus den Gebühren für die Prüfung selber, hier in grün. Dann eventuelle einmalige Kosten, zum Beispiel für das Beantragen eines Rufzeichens. Und dann die jährlichen Kosten, die ich hier eben, wie gesagt, auf 10 Jahre hochgerechnet habe. Wir gehen das mal im Beispiel von Deutschland durch. Hier haben wir in grün die Prüfungsgebühren. Dann, wenn man sein eigenes Rufzeichen beantragt, kostet das noch mal 20 Euro. Ja, und dann gibt es so Sachen wie die EMV-Abgabe oder Frequenz-Nutzungsgebühr und solche Sachen, die halt jährlich anfallen und alle paar Jahre mal irgendwie abgerechnet werden. Das liegt ja so um die 30 Euro, kann man so grob sagen. Das heißt, für 10 Jahre kommen da noch mal so 300 Euro roundabout oben drauf. Ja, und hier seht ihr, gibt es Länder, die schlagen hier so richtig zu bei diesen jährlichen Gebühren. Belgien, Frankreich oder auch die Niederlande. Da sind hohe jährliche Gebühren fällig, sodass man hier auch natürlich viel Geld ausgeben muss für den Amateurfunk. Aber es gibt auch andere Länder, wie zum Beispiel Norwegen, wo es keine Prüfungsgebühren gibt und auch keine jährlichen Kosten. Dafür allerdings hat man sich dort entschieden, einmal zu kassieren. Das heißt, da werden einmal 210 Euro fällig für das Beantragen eines Rufzeichens nach bestandener Prüfung. Und das war es dann. Das heißt, diese 200 Euro, die gibt man einmal aus und hat dann auch in der Folge keine Kosten mehr. Und es gibt auch andere Länder, wie zum Beispiel in Kosovo, wo das so ist oder Länder, wo man zum Beispiel nur für die Prüfung und einmalige Kosten bezahlt, zum Beispiel Irland oder Dänemark oder auch Spanien. Ja, so sieht das hier aus. Und es gibt auch Länder, wo man nichts für die Prüfung zahlt und auch keine einmaligen Kosten hat, dafür aber jährliche wie Nordmazedonien oder Moldau. Zum Abschluss werfen wir dann noch einen Blick mal auf die offiziellen IARU-Verbände in Europa. Und hier liegt Deutschland auch an der Spitze. Diesmal hier mit dem DARC, der knapp 30.000 Mitglieder, etwas mehr als 30.000 Mitglieder hat. So viel wie kein anderer Verband hier in Europa. gefolgt dann vom RSGB, also dem Verband in Vereinigten Königreich, mit etwas mehr als 20.000 Mitgliedern. Die ARI hat immerhin noch über 10.000 Mitglieder und in Spanien, URE, über 5.000 Mitglieder. Und so sieht das auch in Schweden aus. Und danach wird es dann, ihr seht das hier, schon relativ klein. Österreich und die Schweiz, da haben die Verbände so um die 3.000 Mitglieder, etwas mehr als 3.000 Mitglieder. Aber es wird dann hier, ihr seht das immer dünner. Und die Verbände, die bestehen dann vor allen Dingen in kleineren Ländern, wirklich aus wenigen 100 Funkamateuren unter Umständen nur noch. Ja, aber hier ist natürlich auch eine relative Betrachtung mal interessant. Das seht ihr dann hier zum Abschluss mal auf dieser Folie, sprich auf die Gesamtzahl der Funkamateure gesehen, wie viele davon sind denn im offiziellen IARU-Verband. Und hier führt Kroatien mit dem HRS, denn dort sind fast 100% aller Funkamateure im offiziellen IARU-Verband. Das ist allerdings ja so ein etwas verzerrtes Bild, denn in Kroatien ist es so, dass man, wenn man die Prüfung machen möchte, zunächst einmal in den offiziellen Verband eintreten muss und ohne eine Mitgliedschaft im Verband gibt es auch keine Prüfung. Entsprechend hoch sind natürlich dort auch die Mitgliedszahlen. Wenn man realistisch sich das anschaut, dann führt hier Finnland, da sind knapp 75% der Mitglieder im offiziellen IARU-Verband. Deutschland liegt hier so im Mittelfeld mit etwas mehr als 50%, also noch ein durchaus solider Zuspruch. Und so sieht das auch in Österreich und der Schweiz aus hier knapp über 50%. Ja, interessant ist sicherlich hier die relativ schlechten Werte, zum Beispiel in Italien oder auch in Spanien und vor allen Dingen natürlich in Großbritannien, wo es ja sehr, sehr viele Funkamateure gibt und wo es auch eine ähnliche Regelung gibt wie in Kroatien im Vereinigten Königreich ist es so, dass man, bevor man die Prüfung beantragt, zunächst einmal eine praktische Einführung erhalten muss. Da gibt es so einen kleinen Schein, den man dann da bekommt. Und diese praktische Einführung, die wird in der Regel durchgeführt von RSGB-Mitgliedern, sodass man da also im Prinzip automatisch in Kontakt kommt mit dem RSGB. Trotzdem entscheiden sich hier nur ein Viertel der Funkamateure für diesen offiziellen IARU-Verband. So, das waren jetzt eine ganze Menge interessanter Informationen über den Amateurfunk hier in Europa. Bitte lasst mich zum Abschluss noch darauf hinweisen, dass ich wirklich lange für dieses Video recherchiert habe. Ich habe mich ausgetauscht mit Regulierungsbehörden, ausgetauscht mit Verbänden. Ich habe in Internetarchiven in alten Callbooks recherchiert und habe versucht, möglichst genau, möglichst viele Informationen zusammenzutragen. Allerdings muss man ehrlicherweise auch sagen, viele Informationen sind schon älter, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre teilweise. Und es gibt auch immer eine Sprachbarriere und ich musste dann so Dinge wie zum Beispiel Google Translator nutzen, um zum Beispiel Gesetzestexte aus Estland oder eben Zahlen aus Italien oder Portugal zu übersetzen und dann irgendwie zu verstehen. In den Daten werden daher mit Sicherheit noch irgendwelche Fehler drin sein. So ganz hundertprozentig ist es nicht, auch wenn ich mir sehr viel Mühe dabei gegeben habe. Falls ihr Fehler finden solltet, dann freue ich mich, wenn ihr mir die mitteilt. Einfach hier unten in die Kommentare dann reinschreiben und bitte, wenn möglich, auch eine Quelle direkt mit dazu schreiben. Gerne einen Link zu einer Webseite oder einer Regulierungsbehörde, sodass ich solche Sachen dann auch nochmal nachlesen kann und meine Daten dann weiter verbessern kann. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eure Meinung, eure Kommentare hier zu der ganzen Sache, was man zum Beispiel aus anderen Ländern in Europa mitnehmen kann, was man vielleicht lernen kann, was man hier vielleicht auch in Deutschland noch verbessern könnte. Das ist ja sicherlich so eine Sache mit so einem Video, dass man den Blick so ein bisschen aufmacht und schaut, wie machen es den anderen. Gerne könnt ihr mir euch auch einen Daumen nach oben geben, falls euch das Video gefallen hat. Empfehlt das Video auf jeden Fall weiter, auch in den sozialen Netzwerken, damit möglichst viele Leute über den Tellerrand schauen. Ja, und falls ihr solche Recherchen unterstützen wollt, solche langfristig geplanten Videos unterstützen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal im Funkwelle T-Shirt-Shop vorbei, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk-T-Shirts kaufen könnt und mit dessen kauft ihr dann auch den Betrieb des Kanals und die Produktion solcher ausführlichen Videos weiter unterstützen könnt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr ein Abo dalasst und die Glocke drückt, damit ihr zukünftige Videos nicht verpasst. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.